Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factory mit Christian, der macht Les Plays aus der Schweiz in Hochdeutsch. Schön, dass du weißt, wo ich herkomme. Ja, nicht? Nein. Ach nein, der kommt da weg, wo Hitler herkommt. Ist dabei. Okay, und ich muss in meinem Video die IP auspixeln. Oh, Idiot. Denk da bloß dran. Ja, ja, passt schon. Mach ich immer. Okay, was machen wir denn jetzt? Ja, wir wollten die Fabrik bauen. Die Fabrik? Aber guck mal, was ich noch installiert habe. Komm, Teddy, hast du schon gesehen? Warum ist das so fucking leer alles? Teddy, guck mal. Was denn? Oh. Aha. Und der liegt immer noch. Ja, warte mal, ist ja schon eingeschaltet. Weil. Ja, es ist schon, äh, das, die Dinger ziehen uns ganz schön Energie, Alter. Aber wir brauchen die dieser Folge eigentlich nicht. Können wir eigentlich ausmachen. Ja, aber das dauert immer so lange, bis sie gut sind. Ich dachte, wir wollen ein Ding machen. Hä? Äh, ne Fabrik. Aus welchem Stein machen wir die? Kobbel. Aber Kobbel ist so hässlich. Nein, Kobbel ist nicht hässlich. Da muss ich unbedingt in diesem Faktion-Pack Kobbel ändern, weil ich bin Kobbel jetzt nicht. Oh. Ja, okay, egal. Ich habe übrigens ein Lab-Pack. Ja, das ist cool. Das ist sinnlos. Ich habe es nachdem. Komm. Ach so. Ja, warte, ich nehme Kobbel mit, oder? Wir müssen erstmal ein bisschen abreißen noch. Die ist ja noch viel zu groß. Ach so, ja, okay. Ja, wir machen lustige Bau-Action, die noch keine Bau-Action ist, weil wir noch Eis abreißen müssen. Ja, für uns halten wir eigentlich die Folge werden. Keine Ahnung, fehlt schon, ne? Okay, wenn man die Kiste hört, ist mir leid. So, dieses Teil, wo ich hier draufstehe, das muss noch weg. Und da müssen wir da irgendwie eine Form drauf machen. Das Komplette! Oder nur das eine? Da, wo ich draufstehe, habe ich noch was gesagt? Alter, was habt ihr mit dem Ding gemacht? Ja, das war zu groß. Ich habe schon geguckt, aber ich dachte, das ist schon weg. Du hast noch ein Labpack, ne? Ach, du hast auch ein Diamond-Jull. Ja, kipier, dann hatte ich irgendwie auch. Nein, nein. Also, du, deine ist die Enchant, dass du unbedingt mal... Ja, eben. Ich dachte nur, vielleicht hast du ja auch gar kein Diamond-Jull. Dann hätte ich das Labpack ja wohl sinnvoller nutzen können, ne? Mein Diamond-Jull, geh weg, du Schnorrer! Ja, Philipp, mein Diamond-Jull. Meine, ich verscheide jetzt sie 5. Ja, eben, du brauchst keinen Strom. Das ist voll Strom, das macht einfach überhaupt keinen Unterschied, ob der, ähm... ...der aufgeladen ist oder nicht. Also schon, ein bisschen schon, aber nicht so viel, dass man unbedingt deswegen wieder zurückfliegen und den auflädt. Soll ich ihn hier kurz aufladen oder ist er irgendwie Strom versorgt? Ja, noch ein bisschen. Ja, wenn du brauchst, gibst du ihn mir. Ich kann ihn ja, ich nutze ihn einmal, dann ist er wieder voll. Ja. Also, er ist gerade leer gegangen und man merkt nix. An den noch ist er nicht leer. Gucken. Achso. Was denn? Der behält die ganze Zeit ne Aufladung von 48. Ist voll buggy. Weißt du warum? Weil du nen Solarhelm auf hast. Nein, nen Solarhelm hältst, äh, da lebst du nix auf. Hast du Unbreaking drauf oder so? Nein, nur Efficiency. Boah, ich hab grad einfach ohne Sprinten gesprungen. Achso, ich bin voll da bad ist. Kranker Tipp. Ja, das wird ja eine sehr interessante Folge. Ja, Leute, also, kurz mal die Musik unterdrehen. Warum machst du mit Live-Musik? Quasi? Mit normaler Microsoft-Musik, obwohl ich könnte die auch komplett ausschalten. Achso, toll. Aber ich hab sogar Musik. Könnt ihr eigentlich anmachen? Nein. Für das nachher reinmachen ist immer besser. Äh, ich hab grad mein Microfile mit. Okay, ja, neuer Computer, keine Musik. Ups. Ja, toll. Sorry für den kurzen Standpunkt. Egal. Ich dachte, grad so neuer Computer, ne? Ich hab ja Musik drauf. Wenn ich die reintun würde, würde ich einfach, hart, von der GEMA geboomst. Ja, lass mal wahr. Keine Frage. Und zwar, ähm, Stand2CaterLP. Hä? Das Intro. Ja, ich kann, äh, ja, ich weiß nicht, ob das aus irgendeinem, kann ja sein, dass das aus irgendeinem Remix ist und deswegen noch nicht. Keine Ahnung, hab Malte auch noch nicht drauf angesprochen. Ja, weil eigentlich ist ja das, ähm, jetzt sammelst du die ganzen Steine im Fuß auf oder lassst du sie spawnen? Äh, ich geh mal ab und zu ein paar Stellen rein. Aber eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Cobblestone. Ja, die Query, ne? Die Query ist. Aber wir könnten ja ne Mischung aus Cobblestone und, ähm, diesen, aus Grillstone machst, wenn du vier zusammen machst. Wie heißen die nochmal? Ja, ja. Fix. Genau. Aber dann musst du ja den Daktion, äh, Induction-Furnace einschalten. Ja, ich bin grad unterwegs. Mach das mal eben. Komm zurück, Tatum, nimm mein Jetpack mit. Hä, wofür? Weil es leer ist und ich, dass es nicht braucht, wenn ich abbaue. Okay. Okay, ich muss nur noch irgendwie... Idiot. Ja, ich hab's geschafft. Oh Mann, Brutal, die hat es nicht immer so weit laufen müssen. Hast du schon... Wir könnten ja eigentlich warten, bis es dunkel ist. Und dann? Auf die Plattform, äh, eine, äh, ein, ein Mond-Dimension machen und dann sitze ich von alleine auf. Ja. Wir könnten auch die Turtle so programmieren, dass sie die abbaut, oder nicht? Ja, klar. Einfach mit Exervate. Musst uns halt nur ein bisschen aufpassen, ne? Oder die Query darüber stellen. Brät er zwei Sachen auf einmal, der Induction-Furnace? Ja, ne? Ja, der Induction-Furnace schon, der Rotary-Mace-Furnace. Ja, genau. Dann kriegt er jetzt noch ein bisschen Korbel. Und das dauert jetzt natürlich erstmal wieder, bis er anläuft. Ja, darum. Wir brauchen unbedingt ein Atomkraftwerk, so mit zehn MFSUs davor. Genug Diamanten haben wir ja. Und die MFSUs, wenn die voll sind, dann gehen die nicht leicht aus. Und dann... Achso, so meinst du das. Ja, ja. Aber wir brauchen halt dann wirklich diese Cooling-Cells. Ich weiß gar nicht, was ist denn da besser? Ich hab keine Ahnung. Du sollst abbauen. Diese Folge geht zum Abbauen. Das kann ich hier nur beschreiben. Okay. Diese 60k Cool-Cells oder diese When-Cells. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich auch nicht. Ah, schade eigentlich nicht. Gibt's Portal-Türen oder so? Weißt du das? Was? Portal was? Türen. Also Portale. Achso, wie bei Hexit? Ja, so in der Art. Nee, nee. Es gibt nur die Portal-Gun. Nicht eben, ja. Gibt's auch. Aber netherkillen und dann... Äh, nee, wetherkillen. Und dann kannst du dir das ja machen. Oh, ich geh einfach mal auf eine... Ne? Eine was? Auf die Suche? Ja. Auf die Suche noch eine. Ich hatte mega Glück einfach. Ja. Janik auch. Ich will aber auch eine. Weil ihr 13-Jährigen nicht. Also geh ich jetzt morgen auf die Suche. So fünf Stunden. Nein. Wahrscheinlich eh nicht so lang. Haben wir genug Uranium eigentlich? Uranium? Keine Ahnung. Dann kann das Ganze... Wir können das theoretisch auch Livestream mal. Nein, ich kann flashen. Weil? Weil man dann immer Internet abkommt. Achso, okay. Ich hab zwar ganz gutes Internet, aber... Das war schlafen wegen Strom. Hier hoch. Nee, ich bau das jetzt ab. Dann komm hier hin. Nein, ich bau das jetzt ab. Komm wohl. Achso, das. Oh, je, je, ja. Hättig. Hier oben. Warte. Oh. Schlaf, ich schlaf, schlaf. Heide. Sim Spawner komm ab und zu immer. Trotz, obwohl er ausgeleuchtet ist, Monster. Von unten hab den von unten auch ausgeleuchtet. Ausgeleuchtet. Nö. Muss man das? Glaub schon, wenn ich mich nicht recht täusche. Äh, wenn ich mich nicht ganz täusche. Eigentlich schon. Da, gucken. Hast du einen Trotsch hingestellt? Ja. Ja, jetzt dürfte er eigentlich nichts bespauen, wenn ich es gibt, der Trotsch. Also grob die Steine einsammeln. So viel brauchen wir dabei. Hast du jetzt? Alter. Was, Alter? Unsere arme Bedbox. Äh, unser arme System. Warum? Ist voll tot. Wieso? Geht gar nichts, oder? Nö. Die MFE hat so 100 Strom. Dann, ähm, schalte man die Schalter an den ganzen Electric Dingern da aus, die in die Quirby, äh, in die, in den Tetherrack reingehen. Weil die Quirby gerade eh nicht mehr läuft, denke ich mal. Und dann, die ziehen ja trotzdem Strom, auch wenn die nicht läuft. Die senden den Strom ja trotzdem. Okay, ich habe einfach das Kabel entfernt. Ja, genau. War ein bisschen krass. Also, durch das Portal. Wie steht das noch? Ja, ja. Ähm, soll ich irgendwas mitnehmen? Steine vielleicht, ne? Äh, erstmal müssen wir noch weiter abbauen. Ähm, die ganze Plattform, oder was? Nein, nein, wir machen da jetzt, wir machen da jetzt irgendwie ein Rechteck draus. Du könntest mal so, hier so gerade machen, da dran lang. Wollt das nicht ein bisschen größer sein? Nein. Was willst du nur da reinpacken? Naja, was so cool ist. Man kann ja auch mehrere Etagen machen, wo ist das Problem? Nur, ähm, so viel Fläche brauchst du dafür nicht. Ja. Eigentlich wollte ich halt das so machen, dass ich das alles zerstöre am Ende. Ach so, Projekt. Aber das wollte ich noch nicht sagen, das ist geheim. Ah, okay. Dann höre ich jetzt weg. Also, am Ende vom Projekt zerstöre ich das alles. Also, wenn ich rausgehe, ne? Wenn ich keine Lust mehr habe. Ich bin ja schon ein Aschloch. Ich habe mich ja verändert seitdem ich YouTube noch. Daddy, du machst die Äußere, ich mach die Innere, okay? Los. Ey, nicht so viel. Was machst denn du da? Du Aschloch. Ich habe doch gesagt, nur die eine Seite. Idiot. Dann ist die Blöde zu mir. Ich bin doch nur ein kleiner Christian. Ein kleiner Christian. Hat man deinen Namen in einem Video schon mal gesagt überhaupt? Meinen? Klar. Hallo. Wirklich? Ich bin der Stephen. So, hier. Oh ja. Wir bauen. Aber wir haben gleich schon eine Viertelstunde. Sorry. Ja, wir haben nicht viel gemacht, ne? Ja, wollen wir nicht 20 Minuten oder so machen? Ja, lass mal 20 Minuten langweilig bauen. Ja. Oder machen wir einfach nicht ganz lange, oder geht ganz langweilig? Nee, so ganz lang nicht. 20 Minuten reichen. So, hier einmal rumrum. Guck, da kann man nicht mal einen Zaun machen. Einen was? Einen Zaun. Was für ein Zaun? Einen Zaun haben. Ich fühle mich in der Nacht so unsicher, wenn ich neben dir schlafen muss. Wie viel hast du noch über? Naja. Nenst Deck und Ach. Krass. Dann lass mal gucken, ob Dings fertig ist, weil dann... Ich bin ja so... Warte mal. Ich hole mir was zu essen. Ich habe was hier, wenn du willst. Nee, ich hole mir mein eigenes Essen. Dann guck mal, ob der Knie noch fertig ist. Ja. Okay, ich habe mir 58 Essen aus eurer Kiste geklaut. Das ist doch auch deine Kiste. Ach, ach, unsere Kiste. Oh, ich habe einen Bronzerhelm geklaut. Krasser Tipp. Ja. Ja, ist er. Soll ich mehr reintun? Ja, ja, auf jeden Fall. Guck mal, wie groß das ist. Vielleicht muss ich noch zwei Stacks rein instieren. Ähm. Hast du den Nano Saber schon mal aufgeladen? Ja, ja, der ist aufgeladen. Kann ich dein Schwert haben? Ja. Wo ist das? Von den Knie es doch mit. Los! Ja, warte. Ich komme zufrieden. Hat er vergessen. Nee, ich habe den Knie es doch noch. Aber ich wollte die zweiten Stacks auch direkt bringen. Wie, ist er schon fertig? Nee, aber es dauert halt nicht lang. Und ich fühle einfach nach und hole mir die Stacks, die drinnen sind. Okay. Ich könnte mal ein bisschen ins... Ach, egal. Jetzt. So, ich habe überlegt, dass wir... Das wird die Größe. Diese vier Ecken hier. Da werden die Wände hinkommen. Und da haben wir so zwei, so breit. Da können wir irgendwie so Bänke davor machen und sowas. Gib mir den Clean Stone. Oder schon verarbeitet zu Bricks. Also, guck dir diesen Unterschied an. Guck dir doch einfach diesen Unterschied an. Ja, ist ja gut. Gib doch her jetzt. Nein. Alle. Das geht nicht mehr, oder was? Oh. Ja, ein paar ganz einfach. Oh. Ich wollte dich noch ein bisschen vollkotzen. Wie hoch geht die? Alter, ins sind so hoch, oder was? Ich finde schon. Die erste Wand könnte ruhig schon so hoch sein. Wie hoch ist das jetzt? Da ziehen wir jetzt erstmal so einen Kasten. Wie hoch ist das jetzt? Oh, ich lasse alles so bauen. Mit dem Jetpack. Dann stelle ich mich lieber noch auf. Machen wir erstmal so einen Kasten da drum. Bauen wir mal noch fünf Minuten, dann haben wir 20 Minuten, dann läuft das. Nicht ganz, ne? Weil, woher so kommen sie zu Hause? Ja, gut. Machen wir einfach 30 Minuten raus, komm ich hin. Nein. Ich will nicht mehr so lange Folgen machen. Warum? Du brauchst die nur 10 Minuten, dass die oben sind. Ja, bei Zuschauerbindung, schon mal gehört? Nee. Das ist wie lange... Ich weiß schon. Ja, also. Und umso länger die sind, es guckt sich ja keiner 35 Minuten langweilig. Oder bauen an. Ja, darum. Keiner guckt sich fünf Minuten langweiliges Bauen an. Doch. Finde ich nicht. Okay, finde ich auch nicht eigentlich. Was machst du denn so lange, was ich so lange mache? Wie viel ich in der Zeit geschafft habe? Hey, ich habe keine Steine mehr, du Arschloch. Ja, warum gibst du mir auch alle? Du hast gesagt, gib mir alle. Du bist nur in so... Ich habe... Auch nur 53. Hol mal neue. Du bist nur... Du bist mein Bimbo. Aber ich bin nicht schwarz. Okay, ich bin schwarz. Scheiße. Was wirst du? Mein Skin ist einfach schwarz. Und ich habe gesagt, ich bin schwarz. Mein Skin. Ich bin braun. Aber mein Skin ist einfach schwarz. Nee, du bist ein Teddybär. Mir ist gerade einfach gefallen, dass meine Webcane einfach viel zu hoch war. Und man mich immer... Ich sah aus, die ganze Zeit wie so kleine Schurken, die an so einem Tisch sitzt, wo man noch nicht ganz hoch gucken kann. Bist du das nicht immer? Teddy, wo ist der ganze Cobblestone eigentlich? Irgendwo bei der Cray, ne? Nee, ähm... Diese Kisten, die hinter... Du läufst in die falsche Richtung, Kollege. Oh man, dass man dir alles zeigen muss. Nee, ich hole mir da jetzt einfach Marble raus. Weil Marble kann man auch bestimmt gut in der Vorbildbahn. Nein, das sieht doof aus. Da können wir den Boden draus machen oder so. Guck mal hier. Guck mal, jetzt bin ich mal zu dumm. Komm mal hier hin. Ich habe jetzt einfach eine komplette Inventar voller Stein. Das reicht, Alter. Aber hier sind Doppelkisten voll mit Cobblestone. Ich habe noch eine Inventar voller Stein. Hier, direkt hier. Ist mir scheißegal. Eins, zwei, drei Kisten voll. Egal. Ist mir egal. Ich kack da drauf. Guck mal, guck mal. Oh, noch mehr. Oh, da ist noch ein Klingstone drin. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Voll den Ohrwurm des Todes, wa? Ich weiß einfach gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Du, 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 du. Übrigens, weißt du, wie man, ähm, wie man im Inventar gleichzeitig verteilen kann jetzt? Nein, geht gar nicht hier drin. Was heißt hier jetzt? Das kommt immer drauf an. Guck mal, guck mal. Hast du noch Klingstone oder so? Irgendwas zum Craften jetzt? Ja, ja. Ja, dann leg das im Inventar, so wie du das willst. Hör auf! Auf. Er macht einfach... Und dann drückst du Mausrad, weil dann verteilt sich das. Du drückst dann einfach auf das Zeug Mausrad. Verstehst du es nicht? Was soll da passieren? Ähm, wenn du in einem Crafting-Menü, ja, zum Beispiel vier Kobblestone nebeneinander tust. Oder vier Klingstone nebeneinander tust. Jetzt hab ich das einfach wieder hier hingebaut. Warum nur so eine kleine Tür? Das hab ich mir gerade auch gedacht. Wir machen die drei breit und auch noch einen höher. Warum reißt du die ganzen Dinger weg? Die hätten nur stehen bleiben können. So hoch musst du sein. So hoch. Echt? Warum? Keine Ahnung. Was machst du da? Sieht cool aus. Ne, muss noch einen breit haben, sieht sonst so komisch aus. So, und jetzt machen wir hier. Ne Redstone, Schalke, Kling. Oh. Er stellt sich erst mal voll in den Weg. Oh, ich muss mein Ding doch wohl auch aufladen. Guck her. Ne, es ist nur bei Kobblestone. Guck mal. Bei Kobblestone geht das schnell und bei den anderen Sachen dann nicht. Take it and give it me back. Was machst du denn, warum brauchst du das denn wieder auf? Ich lag was ab. So, und es gibt mir wieder. Ne, perg ist nämlich gar nicht so unsinnig, das zu haben. Nein, ach, wir müssen nicht immer den Stein. Nein. Der guckt mir einfach nicht zu. Wieso bin ich nur das fast nicht? Nein. 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 Ja, ist auch so, Alter. Er macht einfach so vor sich hin. Guck, jetzt ist der Eingang. Oh, nicht mittig. Okay, dann machen wir wohl die Tür noch ein breiter. Hey, nee, warum nicht einfach den Eingang? Nein, die Tür wäre cooler gewesen. Oiga. Warte, warum machen wir das jetzt nicht so? Warte kurz, bevor du alles zerstörst. Oh. Das war falsch. Bevor du alles zerstörst, das kann ich mal bauen. Okay. Guck mal. Das guckt gut aus. Machst du es einmal rundherum. Das machen wir nachher noch einmal rundherum. So, hier diese. Was mir gerade ein bisschen aufregend ist, dass dieses leider nicht aufgeht mit den... Haben wir Marvel daheim? Haben wir Marvel daheim? Ja, ich glaube schon. Willst du kurz mal haben? Bringst du Kriegschauen wieder mit? Ja. Was weiß ich? Haben wir Marvel? So. Wo denn? Keine Hülle. Auf jeden Fall. Ich bin Tödi. Ich bin schon zehn Jahre im Projekt, aber weiß nichts. Warum... Ich dachte, alles gehört jedem. Warum packt ihr dann die ganze Zeit die Portal ganz in eure Inventare? Ja, das ist aus dem einfachen Grund, dass wenn Malte den kriegt, der den nie wieder rauskriegt. Okay, ich verstehe es. Aber ich wäre nicht so böse. Ich suche mir einfach meine eigene und mache eine Potato Gun draus. Das wäre nicht schlecht, wenn du das dann machen würdest. Oder was hat denn Yannick? Yannick hat seine nämlich verändert. Hat der eine Bacon oder eine... Potato... Ich glaube einen Bacon, weil wir haben keine Kartoffeln. Oder? Cook Teddy. Dezent. Ziz, ziz, ziz. Kann man da nicht auch so eine Marvel-Wix drauf machen? Nur wenn sie gebraten sind. Ja, dann machen wir das auch. Ich gehe kurz braten. Wir machen den Eingang noch einen countsen Reiter. Okay, mach das. Hast du Cleanstone mitgebracht? Oh, ja, warte. So, äh, jetzt, jetzt. Du nimmst das Cleanstone und machst es in dein Inventar. Da, komm mal. Nimmst das Cleanstone. Du sollst das Cleanstone nehmen. Warte, ich bin doch gerade konzentriert, Mann. Okay, ich lässt sie spawnen. Nee, ähm. Was ist die Mitte davon? Da. Passt das? Ja, okay, wo es ist? Da. Du nimmst es, packst jetzt, nimmst einen Stack so in die Maus, ne? Das ist rum. Dann machst du im Craftingfeld auf jedes eins hin. Ja. Dann legst du es auf einen Platz, auf einen Slot von den vier, den restlichen Stacks und drückst mit Mausklick drauf. Das ist verstanden. Ah. Okay, ich glaube, ihr habt es verstanden, Leute. Ich glaube, meine Mission ist erfüllt. Hashtag läuft für dir. Ich bin hashtag intelligent, Alter. Hashtag, wir haben 23 Minuten. Egal, Alter. Nee, nee, nicht egal. Boah, komm schon. Aber man kann einfach Summa blicks, blicks, blicks draus machen. Ah, das ist praktisch. Die kann man dann so für dezente nehmen, weißt du? Die ist das. Dezente vor allem. Ich verspreche mich einfach voll. Für dezente, dezente. Bitte, du mobsst dich, Tim. Du mobsst nicht, Imi. Hä? Warum mobs ich dich? Weiß ich nicht. Janik ist voll das Arschloch geworden, seitdem er YouTube macht. Nee, du hast ihn ja auch schon vorher gekannt. Du kannst das ja richtig gut beurteilen, ob er anders geworden ist. Mir scheißegal, Alter. Er mobft mich. Alle mobben dich. Nee, du nicht, oder? Ab und zu. Aber nicht in der Aufnahme. Oh Gott, jetzt komm. Ich will dich nicht töten. Ich hab auch auf eine Strafe. Box mich, komm schon. Box mich. Achso, ich darf es nicht machen, sonst darfst du mich irgendwie töten. Gibt es nicht eine Regel oben? Nee, eigentlich nicht. Nee, dann passt das da oben wieder nicht. Ja, dann machen wir so. Ich finde, dass bei einer Fabrik ist das immer so, dass das... Pass das mal komplett ein mit dem Zeug. Genau. Ja, sonst würdest du ihn... Also, das wird wahrscheinlich absichtlich, ne? Oh, lol. Das ist schon wieder nicht mittig. Das müssen wir eins raussetzen. Hä, das passt doch. Nee, das hat nicht gepasst. Ach stimmt. Das war... Hä, was ist denn das? Keine Ahnung. Alle zwei Minuten ist das irgendwie das Dings anders. Irgendeine verschiebte Dauer. Es war bestimmt. Malte. Ja. Gaylord of the Darkness. Oh. Ja, komm. Ich würde sagen, jetzt beenden wir mal die Folge. Tschüss. Also, das ist ja schon mal... Eigentlich... ...ein Anfang. Ich bin... Ich bin so produktiv. Gibt es zu? Ach. Was für ein langes Standbild ich habe, wenn ich einen Screenshot mache. Mach auf, ne? Wie macht man das? Das kommt schon F2, ne? Ja. Teddy, komm, du stellst dich jetzt neben mich. Okay. F3. Nein, F1. F2. Okay. Passt. So, Leute. Ne? Ich sag dann auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, was Teddy noch sagen will. Erstmal disconnecten. Der hat schon disconnected. Ja, weil du disconnecten musst. Muss ich ja, habe ich in den letzten zwei Folgen nicht gemacht. Ja, ähm. Ja. Guckt bei Christian vorbei. Ist in der Videobeschreibung und in der Abo-Box. Und bei YouPorn gibt es den auch. Aber bei YouPorn gay. Und ja. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, diese Bau-Action. Ich gucke die ganze Zeit auf meinem Bildschirm, ich schaue in die Kamera, aber egal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Warte, warte, warte. Ich will das letzte Wort bei dir sagen. Darf ich? Ja. Hast du schon abendet? Nein. Abonnet Gaming Lord. Bye. Loll.